Zwei Milliarden Menschen ohne Zugang zu Strom. Ölvorräte, die zu Ende gehen. Renaissance der Kohle. Der Mythos von der Unverzichtbarkeit der Atomkraft. Jeder zweite Mensch auf der Welt lebt in Slums. Reicht unsere Vorstellungskraft, die Grenzen zu sprengen? Wenn ich mir Städte wie Los Angeles anschaue, dann kann ich psychologisch verstehen, dass Menschen es sich kaum vorstellen können, dass diese riesigen Energiemengen, die hier verbraucht werden, dass dieses ersetzt werden könnte durch erneuerbare Energien und das auch noch in schneller Zeit. Und das noch emissionsfrei. Für mich ist klar, dass Kohle auch in Zukunft das Rückgrat unserer Stromversorgung bilden wird. Ich kann es psychologisch verstehen, obwohl es in der Sache nicht begründbar ist. Wir müssen jedes Jahr 20 neue Atomkraftwerke bauen. Also man ist wirklich naiv, wenn man nicht weiß, mit wem man sich anlegt und dass es massive Widerstände gibt. Anzunehmen, dass unsere Energie komplett erneuerbar wird, ist einfach unrealistisch. Die Anzweiflung, dass dieses Potenzial ausreichen würde, ist nur noch lächerlich. Und immer mit dem Argument, das reicht nicht. Man braucht eine Brücke, ein paar Jahrzehnte noch was anderes machen. Hauptsache keine erneuerbaren Energien. Denn diese erneuerbaren Energien provozieren den Strukturwandel der Energiewendtschaft. Wie leben. Nach welchem Konzept? Viele sagen, die Zeit ist reif für eine Entscheidung, die unser Leben von Grund auf verändern kann. Die Entscheidung über die Energiequelle. Denn jede Region der Welt verfügt über erneuerbare Energien. Sonnenstrahlen, Windkraft, Bioenergie, Laufwasser, Geothermie, kostenlose Primärenergie. Von der Natur geliefert. Regional, dezentral, mehr als 100 Prozent. Alles hängt ab von der Beantwortung der einen großen Frage. Mit welcher Energie wollen wir leben? Die Windkraftanlagen liefern so viel Elektrizität, dass jedes Haus, jeder Hof, jede Fabrik ihren Strom daraus bezieht. Die in Deutschland könnten ihre 25 neuen Kohlekraftwerke vergessen, wenn sie hunderte von diesen Heizkraftwerken bauen würden. Wir können einen Teil des überschüssigen Windstroms in Batterien leiten. Mit diesen Batterien können wir so viel Energie speichern, wie wir wollen. Zwischen einer und 20 Stunden. Wir wollen die Elektroautorevolution wirklich voranbringen. Ich glaube, nur diese Technologie kann das Energieproblem wirklich lösen. Wir haben eigentlich nicht ein Auto, wir haben ein Mobilitätskonzept. So wie ich festgestellt habe, dass am Anfang nicht nur Windkraftanlagen helfen können, sondern eben verschiedene Energieträger. So gehört eben auch Energieeffizienz und Energiesparen mit dazu, dass wir letztendlich die Welt 100 Prozent erneuerbar machen können. Die Umstellung der Energieversorgung auf 100 Prozent erneuerbare Energien. Konkrete Handlungsmöglichkeiten für jeden. Sanieren, Sanieren, im Baubestand und im Bewusstsein. Mit großer Wirkung. Das sind 39 Milliarden an Kaufkraft, die wir den Menschen zurückgeben können. Energieautonomie. Ein kulturelles Gut. Statt weniger Eigentümer haben wir auf einmal Hunderttausende oder gar Millionen Eigentümer. Die Energieversorgung bekommt eine Demokratisierung. Es gibt immer mehr Eigenversorger, mehr individuelle Autonomie, mehr regionale, mehr nationale Autonomie. Das ist alles nur möglich mit erneuerbaren Energien. Und zwar für alle. Wir können mit dieser Technologie das Leben in den afrikanischen Dörfern revolutionieren. Diese afrikanischen Dörfer könnten heute schon die gleichen Technologien nutzen, wie die Menschen in Los Angeles, in Tokio, in Frankfurt. Die gleiche Technik, die für alle zur Verfügung steht. Auf diese Weise nimmt die Armut ab. Und mein Ziel ist es, dass sie aufhört zu existieren. Das heißt, niemand in Bangladesch soll noch arm sein. Ich sage, das schaffen wir bis 2030. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren Netzparität erreichen können. Dann wird Solarstrom nicht mehr kosten als Strom aus herkömmlichen Kraftwerken. Die Zukunft der Welt entscheidet sich darin, dass die Revolutionierung der Energieversorgung praktisch alle Grenzen überschreitet. Die Zukunft der Welt muss sich darin, dass die Unidos verheirt. Die Zukunft der Welt kann auch mehr knowren, dass die Zukunft der Welt ein不能 verheirt. Untertitelung des ZDF, 2020